Und es ist tatsächlich so der Fall, dass manche Menschen die Definitionen aufgrund Unwissenheit über Definitionen und Wortanwendungen, nicht nur in der Akhide, auch in anderen Bereichen, aber zu fehlerhaften Schlussfolgerungen kommen. Und das erwähne ich immer wieder, besonders in Übersetzungen. Also wenn man ein Beispiel dafür, das ist nicht selten, dieses Beispiel ist nicht selten. Und deswegen ist es empfohlen, aus solchen Gründen, dass man, wenn man mit dem Wissen beginnt, in irgendeinem Fach, am Anfang und beim Beginnen mit diesem Fach, musst du dich führen lassen von jemandem, der das schon durchgemacht hat, der die Begrifflichkeiten kennt. Ansonsten kommen peinliche Fehler. In einer weichere Weise das Wort, die Fuqaha reden darüber, reden über die Hukna, Al-Hukna. Ist sie etwas, das das Fasten annulliert oder nicht, die Al-Hukna? Die Fuqaha der Hanabila und andere sprechen darüber. So, gehen wir zum Hans Wehr. Hans Wehr ist dieses deutsche Wörterbuch. Oder gib es in Google ein, Google-Übersetzer Hukna. Oder schau in irgendeine, diese Wörterbücher, die Deutsch-Arabisch und so. Oder vielleicht kennst du es aus deiner Muttersprache, weil du Arabisch als Muttersprache hast, aber die Fachsprache der Fuqaha nicht kennt. Und dann würde man sagen, Al-Hukna annulliert das Fasten, also die Spritze. Die Spritze. Die Fuqaha haben nicht über die Spritze geredet. Die Hukna ist bei den, in der klassischen Medizin und auch im Fiqh, die Hukna war etwas, was man in den Anus eingeführt hat. Medikamente, die man in den Anus eingeführt hat. Und ein anderes Beispiel. Die Fuqaha reden darüber, über den Ar-Rash oder An-Nadha. Bei den Najasat, bei den leichten Najasat, wie zum Beispiel der Urin eines Zeuglings, sagen sie, dass es ausreichend ist, oder die Methode, um diese Najasa zu bereinigen, dass es eine leichte Najasat ist, muss auch die Methode entsprechend leichter sein. Das ist ein Grund für das Missverständnis, wenn man denkt, es muss leicht sein. Und dann noch hinzu kommt, dass man das Wort missversteht. Sie sagen, an-Nadha. Ya kfifihi an-Nadha oder Ar-Rash. Das heißt, an-Nadha, Ar-Rash, was versteht man meist in der Grund? Etwas so mit Wasser besprenkeln. Ja, mit so den Fingern besprenkeln. Versteht ihr, was ich meine? Die Hand so in ein Gefäß eintauchen, sodass die Fingerkuppen ein bisschen nass sind und besprenken. Und das habe ich von einem Mann gehört hier in Deutschland, der zu den großen, großen Leuten gehört. Bei den Fukaha bedeutet Al-Nadha nicht das. Al-Nadha bedeutet bei ihnen, dass man die betroffene Stelle komplett mit Wasser eintaucht. Man muss sie nicht waschen und ausdrücken und das, was man bei normalen waschen. Es reicht, dass man sie komplett mit Wasser sozusagen einmal eintaucht in Wasser, diese Stelle, nur die betroffene Stelle. Das ist der Nadha bei ihnen. Das ist natürlich immer noch leichter als die normale Waschung. Aber solche Missverständnisse kommen, wenn man Fachsprache mit normalen, lexikografischen oder linguistischen Übersetzungen verwechselt. Und das ist nicht selten der Fall.